als ob ich mir das jetzt gemerkt habe okay wir lassen wir spielen ja das läuft auch nach zeit ich glaube da brauchen wir noch ein versuch merkt ihr was du aufmachst was brauchen wir denn okay haben einen warte eine warte hier zetrik zetrik hier macht den auf banane und hier habe ich noch nicht gesehen weiß ich ja ich auch nicht ich gucke mir die einmal an und merkt mir das und versuch mir das zu merken ja ich habe noch keine gesehen warte 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 was deine erinnerung weiß ich nicht ja es gibt noch zeit die klappe wieder zu ok wenn er da habe ich ja dass ich bitte mal hier ist ja wir müssen aber zusammenarbeiten hier strawberry strawberry nein nein ich mache strawberry ok warte aubergine warte nein cherry wir müssen hier weiß ich weiß nicht banana banana ok banana ja cherry ist das gewesen oder ja ja hier ist das ja ja aubergine ist hier ja und dann das ist malen nach zahlen wir müssen die verbinden was mache ich denn was mache ich denn ja ich verstehe es auch nicht ach so du bist du bist links und rechts ich bin nach vorne und hinten ich kann mich doch ich kann mich doch hier sowieso nicht bewegen du kannst auch vor zurück ja aber ich ich weiß doch nicht das habe ich das habe gerade ich nicht gerafft neun ich habe die zahlen geachtet ja die erste runde war kacke es geht nach vorne und nicht nach zeit los ok das geht aber noch zeit so so nach vorne bin dabei nach hinten vorne zurück zurück etwas zurück zurück ja ja nach vorne ja nach vorne ja nach vorne 13 wo ist wo ist die nächste also ja vor dir also habe ich nicht gesehen 15 ich bin blindfisch was willst du 16 17 18 19 nach vorne 26 nach hinten ja was ein krampf wenn man nicht weiß was vorne und hinten ist ich will nicht wissen was das thai mädel gesagt hat in thailand ja ja wo ist vorne wo ist hinten wo ist vorne wo ist hinten bestimmt muss sie dann auch nach vorne und nach hinten also hier in zträck hier soll ich zu dir rüber kommen ja du hast da einen blauenknopf also ja die müssen wir laufen ja genau die kugel warte ihr lang jetzt nach oben doch klappt klappt rechts nein das ist auf der falschen seite gewesen blöde kugel und rüber hier rüber klappt klappt das haut hin so was kann ich tatsächlich relativ gut das ist ich finde es ätzend ja ok ja bitte nicht noch mal oh nein ehre für die socials noch mal ja also da ist die kugel so jetzt bleib da stehen er rennt direkt rüber voll die gerät er auf die falsche seite überhaupt nicht die muss die kugel muss nach rechts nee gar nicht du standest gerade nur auf links ich glaube das reicht nicht um die kugel zu verschieben doch 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 jetzt kommen leicht rüber ja nein warte die fack ich die fack ich so ja was toll mit kugel hier perfekt genau so war es wieder auf der falschen ja er rennt wieder auf die falsche seite ich hatte das spiel süßes mini spiel ich habe damals das game immer gezockt jetzt kommen hier rüber in die mitte in die mitte so ja sehr gut 500 milliliter hier steht für können ja jetzt ok haben wir noch was sehr schön die kugel das gemacht wirklich siehste habe doch gesetzt oder logisch ich denke nie so ausgeprägt wie scheiße das aussah ah ja ey wir müssen da zusammen hin sag mir jetzt nicht synchron alter uah uiuiui uah 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 alter easy gut bäh und wie synchron wir das gerade machen warte 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 mal nein das war falsch fuck warte mal nein nee bringt nichts ich brauch dich ich brauch dich hier obwohl obwohl warte mal ne doch doch die war das scheiße die war das im weg ah wo warst du jetzt gerade welche farbe grün ja ich war auch grün ja und los warum springt der denn nicht hoch ich hab schon wieder verkackt der springt der springt da nicht hoch an der wand wie der springt da nicht hoch oh wow du kannst by the way hier guck mal du kannst auch für dich selber machen naja stimmt muss nicht immer runter kommen du gehst hier an die wand dein oh was lol okay ich war ich bin an die falsche wand gesprungen anscheinend nein oh warte doch was warte mal was ist denn das wir müssen das zusammen machen ne okay warte 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 ich geh zurück und abwart raus ne geh mach rüber also ja ich lasse auf die andere Leute sehr schön let's go oh 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 kannst du die auch sehen warte da ist ein ring dran am finger da ist ein ring dran am finger okay stell du dich dahin nein ich glaube erst wenn du aufpustest oder nochmal okay ja ja jetzt auf alter warte auch ein bisschen ja und spring ne perfekt okay dann lass uns ja oder ja ist eigentlich egal ah nein 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 du musst auf den hier dann springen du musst auf den hier springen weil der dann mich weit katapultiert okay okay ich muss das frotzkirchen treffen oder versuche einfach mal so okay hey jetzt der hat sich schon wieder der hat sich nicht festgehalten mach du mich mal hoch bitte mach mich mal bitte hoch so jetzt geh rüber und los ja bei mir hat er sich eben nicht festgehalten mal wieder so jetzt muss ich das glaube ich nochmal mit dir machen ach okay so okay und rüber und weit flug ja sehr schön let's go oh oh sieht echt leider schon nach dem finale aus ja jetzt wird es interessant jungs ja ja es sieht auch interessant aus aber wie schon wie er gerade schon gesagt hat es sieht leider schon nach dem finale aus wo ich frage mich welche preise es gibt ui ja was wie ist der denn da reingekommen hey was hab ich jetzt gelobt bekomm ich keinen teddy oder so es ist geil hey Das Ding ist kaputt. Mann. Scheint wohl echt schön zu sein. Loi. Hi. Loi. Was? Was meinst du mit wo hoch? Äh, lass uns die Dinger mal gleichzeitig machen. Schätze ich mal, oder? Nee. Ich kann das Ding nicht anfassen. Ich hab das Ding ja schon fertig gedreht. Ach so. Na, da fehlt noch der Linke. Ach so, ist da auch einer? Ja. Ah, okay. Was, wegen wo? Mach mich mal bitte hoch. Irgendwie Fernseh hoch machen. Du bist da hinten schon. Wie bist du da rübergekommen? Ja, mit den Kisten. Ach so. Ah, okay. Ach so. Ach, die einfachen Zeiten. Grenzen sind was Schönes. Ja, aber was ist mit der unterdrückten Kreativität? Nee, ich glaub, das ist nur gerade das Verfallen. Du bist überrascht. Du musst nur lernen, das zu nutzen, was du hast, um etwas Großartiges zu schaffen. So. Aber müssen wir hier irgendwas Bestützes machen? Immer noch ein Stück nach rechts. Stopp. Noch ein Stück nach links. Ja, ey. Ja, ja, übertreib halt. Nee, ne 4, ne 4 soll's nicht werden, nee. Ja, kein Plan. Oder was ist, warte mal, lass uns die Sachen mal, die Enden mal verbinden. Vielleicht ergibt das einen Erfolg. Die Enden? Nach links? Wir haben da, wir haben da nur ein Enden, aber wo sind wir? Nach links? Ach so. Ach so. Ach so. Ach, schade. Es gibt keinen Erfolg, die zu verbinden. Ah, zack. Ähm. Deine Aussage, dass du deine, äh, Jude, äh, dich hoch, äh, dass dein Jude dich hochkatapultieren sollte. Ach so. Okay, okay. Schnappi. Schnappi, das kleine Krokodil. Mach das aus von Nikolaus. Schnappi, das kleine Krokodil. Los. Mit. Ja. Geil. Was? Was? Oh nein, ey, ich werd das eh wieder verlieren, Mann. Schläger schwingen, okay. Okay. Pass auf, May. Ich war mir richtig gut. Ich weiß, wie man einen Ball schlägt. Nicht so gut fähig. Locker. Er ist nicht dabei. Ja, äh, geht das, das gewinnt's gut. Das hab ich ja voll vorbei, Alter. Ich treff das Ding nie mal. Alter, da war ich ja richtig, da bin ich ja richtig scheiße drin. Nein. Null Problem. Jetzt. Ihr verkackt. Jetzt. 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 Ja, Alter. Jetzt. Nein. Langweilig. Bingo. Kinderspiel. Jetzt. Und gewonnen. Immer noch nicht. Da ist ein Timer. Da ist ein Timer. Ja. In deinem eigenen Spiel geschlagen. Ich hab mich nur aufgewärmt. So, okay. Auch mal gewonnen. Let's go. Was machst du da? Weiß nicht. Da gibt es so einen Sinn. Was für ein süßes Sparschwein. Zum Ende hin kann man aber nochmal viele Secrets machen, ne? Ja. Das wollte ich machen. Genau. Huch. Gut. Kurz den Erfolg bekommen. Oh, Mann. Meine Schatztruhe. Meine Schatztruhe. Oh, unsere Schatztruhe. Ernsthaft jetzt. Oh, das sind diese Fidget Spinner, die ich für Rosie gekauft habe. Ernsthaft. Versuchen wir es doch mal. Echt? Die können nichts an sich drehen. So eine Legende gewesen mit dem Fidget Spinner. Das ist die beiden Generationen gewesen. Könnten sie uns nützlich sein. Ja, meine auch nicht. Ich war auch schon junglich, aber er ist trotzdem ultra... Juhu. Juhu. Wow. Ist das cool. Hab doch gesagt, dass die uns noch was nützen. Ich liebe sie. Räh dich auf und davon, May. Der Wasserfall aus Wellen ist im Weg. Finden wir heraus, wie wir ihn ausschalten. Gibt es hier noch einen? Ach, da drüben. Ich denke mal, ja. Fick dich Spinner. Ne, nicht die Fick dich Spinner. Fidget. Genau. Also, wir müssen das gleichzeitig machen, so wie es aussieht. Perfekt. Gleichzeitig. Ja, weil der nicht aufhört. Nein, nein, nein. Meiner ist... Meiner ist durch gewesen. Ja, meiner auch. Hier ist noch einer. Ach, dann... Achso, dann sind oben noch welche. Ey, wo ist denn der andere? Weiß bis heute nicht, wie man, äh, äh, die schreiblichen Fidgets genannt hat. Was ist denn hier? Oh, ist, äh, ist auf, ist auf, ist auf. Oh, lol. Easy abgezogen. Wohin? Keine Ahnung. Hä? Wohin? Wie heißt es so schön? Easy abgezogen. Au. Nein. Ich war zu gierig. Alles klar. Ein Hindernisparcours. Toll, dass es dir gefällt. Rosie hat das meiste gebaut. Sie macht es uns nicht leicht. Easy. Oh, der ist sie. Oh! Wer ist das? Aha. Karma is a bitch. Ich war schon drauf auf den Ball. So. Okay, sehr gut. Das hat noch gezählt. Ja, easy. Jetzt hier oben, um nochmal Zeit zu sparen. Ja, da ist die Rae. Ähm, wie er, äh, äh, spinner englisch ließt. Ja, äh. Meinst du fidget, äh, spinner oder was? Ne. Olle. Hier, boin. So. Komm ran hier. Helm ist Ufo bei euch, natürlich. Mann. Willst du nicht? So. Ach so. Ja, let's go. Das Leben ist wie ein Kaleidos Kork. Oh nein. Geht das wieder los? Mein Plan geht auf. Ihr mögt euch jetzt schon viel mehr. Aber es gibt noch viel für euch zu lernen. Mehr Herausforderungen zu meistern. Also weiter geht's. Wir müssen eure Beziehung retten. Es sah mir wirklich schon nach innen aus. Ja, dachte ich auch. Nein. Alter. Was für die Droge sind wir jetzt, ey? Ach so, das war noch zum Fisch. Ich hab grad auf deinem Bildschirm getrunken. Hier ist alles absolut verrückt. Ist alles eine Illusion. So funktionieren Kaleidos Koke. Illusion. So als wär ich auf MSD. Geben mich gleich. In echt. Oh. Ganz ruhig. Lass dich davon nicht verwirren. Also ich spawn bei dir jetzt gleich. Nein, warum spawn ich mich bei dir? Hallo. Weil ich immer noch fliege. So, jetzt falle ich mal. Jetzt spawn ich aber bei dir, oder? Mann, ich muss das. Äh, als ob ich das legit machen muss. Verdient. Hä? Sag mal, hä? Man kann aber doch einfach durchlaufen. Warum waren wir so scheiße? Ey. Ja, ich gut. Ich spring da rüber, man kann einfach durchlaufen. Hä? Wohin? Ich komm da nicht rüber. Kennst du dich da aus? Töber, ich kennst du dich da aus. Natürlich. Natürlich, Papa. Hä? Da komm. Wie soll man da rüberkommen? Ich geh zu weit. Wow. Perfekt. Ey, da kommst du nicht rüber. Hat richtig stinkt? Lol. Ne, ich hab vorhin geduscht. Ich kapier's nicht. Warte mal. Warte mal. Was, müssen wir die alle auf eine Farbe kriegen? Komm mal hier, komm mal bitte hier rüber. Ja. Ja, das kann nicht sein. Ich glaube, wir müssen die alle auf eine Farbe kriegen, vielleicht, oder? Ah, ne, die ändern sich wieder. Okay, von selbst. Ja, ja. Er findet die rosa Punkte. Bleib du mal da drüben stehen. Bleib mal da drüben stehen. Du hast das nicht, oder? Was du machen musst. Nö. Stell dich doch mal da ins Lila dazwischen, das ist pinke. Was Lila dazwischen ist pinke? Lol. Ja. Wow. Why smart, Bro? Why smart? Oh. Er denkt auch, nicht noch mehr machen. Magik. Yes, yes. Er hängt schon wieder drauf los. Was hast du denn vor? Ich schaff das so rüber. Wie wir beide den gleichen Fehler gemacht haben. Sieh dir diese fantastischen Farben an, Cody. Alter, das Spiel darfst du nicht spielen, wenn du dich bist. Nein, wirst du fragen, wirst du fragen? Nee. Hallöchen Eugen. An der Stelle erstmal. Wie geht's dir? Willkommen, willkommen. Gute Nacht, Milchbuster. Alter, das wird ja immer schlimmer. Warte mal. Ähm. Achso. Jo. Hier? Ähm. Hey. Ja, bleib da. Oder? Ich muss auf jeden Fall hier stehen. Oder? Warte mal. Ach nee. Warte, warte. Ja, hier. Hier? Genau, genau. Warte, du dich mach hier unten. Ja, ja, okay, okay, okay. Ja, aha. Ich hab schon zweimal, äh, ich hab das schon zweimal durch. Äh, also wenn ihr hart seid, zwei Rätselfragen, zwei Rätselfragen. Nur noch Fragen. So, okay, okay. Ja, aber wir sind ja bisher in mir relativ gut durchgekommen. Was, was würdest du sagen, bei wie viel Prozent ihr aktuell seid? Boah, ist ja eklig. Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Scheiß dich zusammen, Cody. Oh, endlich. Wo sind wir hier? Das Herz des Kaleidoskops. Sehen wir uns um. So, jetzt mach ich für dich. Nee. Du musst auch hochkommen. Ja, kannst du es noch weiter zu mir drehen? Nee, du musst es für dich selber platzieren. Nee, nee. Oder schieb das, kannst du dich das Blau zu mir schieben und ich springe da einfach hoch? So, kannst du direkt aufs Blaue auch klettern? Würde ich mal versuchen, ja. Oder? Nee, es... Ja, doch, geht. Geht, 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 geht. Oh. Äh, wo ist das Ding bei dir? Da, okay, da ist es jetzt. Habe ich es gerade gesehen. Da. Okay. Neu. Er dreht es weiter. Young, ich dachte, du stehst. Mann. Drop mal runter aufs Blaue. Aufs Blaue? Und dann... Blau, ja. Nach unten laufen und dann... Genau. Und dann gibst du mir wieder Blau rüber. Wo ist denn das Pinke da? Der ist voll für den Arsch. Arbeit ruft. Alles klar. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Und vielleicht hört man sich ja irgendwann nochmal. im Streben. So, jetzt mach ich für dich gelb. Ja? Und jetzt hoch. Hey, wie hoch? Nein. Ich muss... Ja, hoch! Nein, da... Da muss ich... Oder? Wo muss ich denn hin? Ja, doch hoch. Kannst du ja hochklettern. Ja, wo hoch? Hier gibt es nicht zum Hochklettern. Hier gibt es nicht zum Hochklettern. Ja, doch. Da hält der sich nicht. Vielleicht vergisst du es. Einfach hochlaufen. Nein. Nee. Ich muss irgendwo hoch an der Wand oder sowas. Keine Ahnung. Warte mal, ist da eine Wand gewesen? Guck. Äh. Wahrscheinlich ist das irgendeine... ...Täuschung. Keine Ahnung. Warte mal, hier... Hier verändert sich deine Kamera irgendwie so komisch. Nee. Ich bin jetzt nicht. Hallo? Ich muss ihn weiterschieben. Warte mal. Ja, ich muss zu dieses... Zu dieses gelbe Stück muss ich kommen. Bro, wie soll das gehen? Ich schiebe alles. Bleib, 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 bleib. Komm, komm, hier hoch. Genau, ja. Ja, okay. Dann? Nein. Oder oben. Okay, sehr gut. Alter, das wird ja immer ekliger, ey. Zudem hat das Game-Kena eigentlich Multiplayer. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein Singleplayer. Aber du kannst gerne mal googeln. Äh, was, dieses Game? Oh, ich muss mich übergeben. Oh, du bist eine Puppe, Cody. Was soll da schon rauskommen? Oh, oh, was da? Das ist Ton. Also, ich hab's ja jetzt selber herausgefunden mit ihm. Das riecht überhaupt nicht. Was denkst du denn, bei wie viel Prozent wir aktuell sind? Da ist ja ihr Elefant. Und wie sollen wir da bitte hochkommen? Ach, das ist leicht. Wir müssen nur zu dem magischen Schloss, das nebenbei ich gebaut hab. Das magische Schloss ist von dir? Also, bis zum Game-Ende. Ja, du bist nicht die einzige in der Familie, die coole Sachen bauen kann. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Und, äh, das Ding, das da drüben steht, das fährt uns direkt dahin. Sicher? Ja, ich bin sicher. Würdest du mir vertrauen? Ihr seid, by the way, bei ungefähr 40, 45 Prozent. Was? Komm schon, wir machen den Weg für den Wagen. Ich hätte echt mehr gedacht. Ja, ich auch.